Wenn Josephine über ihr Leben nachdenkt, dann kann sie einen großen Unterschied erkennen. Es gibt eine Zeit, in der ihr Leben von Hoffnungslosigkeit, ja sogar Verzweiflung geprägt war. Heute ist das anders, denn sie gehört zu einer christlichen Gemeinde, in der sie Freundinnen gefunden hat, die mit ihr das Leben teilen und ihr helfen, ihr Leben zu bewältigen. Salz und Licht. Eine Gemeinde verändert die Welt. So lautet das Thema des bundesdeutschen Filmgottesdienstes 2019. Der biblische Impuls kommt von Pastor Joseph Abani aus Kenia. Wir wissen, dass Jesus der Einzige ist, der uns das Licht geben kann. Und wir geben es an andere weiter, egal ob du schwach bist, ob du arm bist, ob du reich bist. Gottes Licht ist für jeden da. Und wie immer, den Gottesdienstablauf haben wir für Sie schon vorgedacht. Und ein paar Überraschungen vorbereitet. Anmelden und dabei sein. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!